Wow, really? Was versuchst du? Dass wir direkt bei Ralf ankommen. Ja. Ah, ich lieg draußen, Ralf. Ich versuche mir das zu holen. Du hast mitbekommen, wie es funktioniert, Bruce? Ja, ja, ja. Nicht, dass du dann am Boden klebst. Also mehr oder weniger habe ich es mitbekommen. Bei mir ist das anfangs noch 50% an der Sterbe. Ich sag dann einfach abspringen, dann muss er abspringen. Bleib versteckt, Ralf. Das Respawner. Bin ich gerade heim, ich bin gerade zu dir. Ja, noch lieg ich hier. Ich höre nur die ganzen Helis und ich sehe auf der Map keiner von uns. Helis sind nur zwei Armingbirds von uns. Also mit uns drei. Glaube ich auf den... Ich wurde von hinten erschossen. Ja. Das war nicht der von Turm 1. Bleib gegen. Das war nicht der von Turm 1. Der ist bereit. Auf Turm 1 ist aber einer. Auf Turm 1 ist einer. Turm 1 und direkt da, wo ich gestorben bin. Ich bin tot. Ich bin direkt ins Frag geflogen. Fuck. Das brennt einfach, Alter. Oh shit, oh shit, oh shit. Abbrechen. Holy shit. Hey Bruce, alles liegt jetzt an dir. Alles hängt an dir. Das ist der einzige, der noch lebt an. Ja, die liegen alle in dem brennenden Frag, Alter. Are you kidding me? Dieses Frag ist einfach auf mich draufgekracht. Ich weiß nicht, aber irgendjemand von euch ist auch auf mich draufgeflogen. Ja, das war dann wahrscheinlich ich. Nur einer lebt schon mal wieder. Egal. Wir sammeln jetzt gerade die Punkte. Ja. Das ist gut. Und denkt an Turm 1. Okay, die kriege ich auch. Sag Bescheid, wenn du fertig bist, dann kann ich schnell wegkrabbeln. Keks. Fertig. Monty. Ja. Doch, ne. Scheiße. Nehmen wir meine Waffe an. Oh, nein. Oh, wo war der denn? Fuck. Fuck, ich hab keine Waffe. Ah, ich hab rechts. Sind wir jetzt doch alle down? Oh Gott, Whitefire erlebt. Wir haben gar keine Waffe. Die Box fliegt kaputt, ey. Pass auf. Okay, Leute, respawn. Ich meine, die Taktik ist zwar vielleicht schön und gut, aber nicht die sicherste. Ey, das ist jetzt das erste Mal, dass so viele gestorben sind. Ganz ehrlich, die letzten Punkte holen wir jetzt bei uns. Ja. Wir fliegen jetzt einfach direkt in unsere Ecke rein von der Zone und warten einfach noch und kämmen uns nen Arsch ab. Fertig. Wir sind die ganze Zeit voll aggro, man. Wir sind nur am aufräumen und um in die Gegner Base reinfliegen. Ich glaub, wir fahren einfach rein, das ist am safesten. Na komm, dass wir hier dann Quad rein. Wir holen uns jetzt alle in Quad. Jeder kauft jetzt einen Quad und wir fahren alle einfach easy in die Base rein, okay? Oder so. Ah, das kann nix werden, ne? Doch, bitte kauf mal einen Quad, ey. Ja, sechs Leute fahren da jetzt in den Quad rein, ne? Ja, natürlich, Mann. Aber nicht so viele kaufen. Wo ist denn mein Quad jetzt? Welches ist es denn von denen? Ich würd grad sagen, ey. Welches ist denn jetzt mein Quad? Ich hab doch Glück, ob meins ist der Taktik ganz hinten, oder? Komm mal, wo ist denn mein Quad? Das ist mein Quad. Ich hab keine Ahnung, wo mein Quad ist. Guck da einfach auf die Minimap. Ah, stimmt, die hebt's ja auch noch. Und was soll ich da sehen? Äh, der orangene Kreis ist da. Ich hab meinen Partner gefunden. Was ist denn da so ein Kreis, Alter? Aber trade gleich. Ah, okay, hier. Das ist meiner, Monty. Das ist deiner? Ja, das ist meiner. Ah, warte, hier ist auch noch einer. Oh, wer ist das? Ich hab ihn gefunden. Oh. Alter. Na super, ernsthaft. Warte, 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 ich hab dich nicht. Sind alle da? Ja. Oh, 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 oh. Auf sie. Warte. Lass uns mal ne Reihe ausstehen, nenne Ralf. Wir holen uns jetzt die Punkte. Entschuldigung. Ach, die Jungs, ey. Entschuldigung. Ach, die Jungs, ey. Entschuldigung. Ich wollt nur in die Reihe. Oh, shit, Alter. Was passiert hier? Oh, Gott. Nein. Oh, oh. Mensch, Monty, hör mal auf damit. Das macht doch keinen Sinn, alles. Fahr mal weg. Wir müssen an unseren Kollegen. Alter, wir gucken mal, wie die anderen kommen. Gebt der mich mal rum? Jetzt komm. Komm, wir uns Kekse mal drehen hier. Doch, nicht so. Da kommen noch andere mit. Im Quad, Alter. Da sind noch andere mit dem Quad. Ich bin wieder da. Irgendeine, da sind nur bei mir drauf. Da hat sich noch einer einen Quad gekauft, Alter. Alles klar, Leute. Woher müssen wir denn überhaupt? Ah, Tira. Ich hab'n litten Passagier. Okay, wir fahren Richtung Norden, alles klar. Auf geht's. Okay, D-Sing, Alter. Wir sind tot, ja. Wir sind bereit, Achtung, Hase. Alter, ich konnte, ey. Ich hab' Gas. Alle da? Ich hab' Gas. Schiff, mit Schiff fahren, Leute. Der Monty kann nicht in der Reihe fahren. Oh, shit. Ich hatte keinen Fahrt. Was? Warum bist du so langsam? Die Lenkung davon ist echt schlimm, ey. Oh Gott, die Lautstärke. Ja. Also dafür, dass du mit Schiff fährst, fährst du zu mir langsam rein. Ich muss ja noch nebenbei aufnehmen und streamen und so. Oh Gott. Also, die Reihe sieht echt gut aus. Ist voll geil, ey. Mehr sind wir nicht. Nee, halt doch das noch rein. Oh, das ist so geil aus. Ich sollte nicht nach links schauen. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, shit. Alter, ich brauch... Ich muss mal mich heilen. Hallo. Ich bin hier in Medik. Kann ich Ihnen helfen? Alles gut. Ich hab nur das Schild immer sehen. Oh, du hast den Klappen, Alter. Ähm, ja. Egal. Steig mal mit mir auf, Alter. Gokards waren noch lustiger. Ist keiner von euch Ingenieur? Oh. Also, ich hab ein Passagier bei mir schon drauf. Das werde ich jetzt nicht mehr machen, Leute. Vorsicht, bitte. Nein, Vorsicht. Flasch, warte mal bitte. Warte mal einfach weiter, bitte. Wer ist denn eigentlich hinten bei mir drauf? Okay. Er ist gerade ausgeschrien. Ich muss mit jemand andern. Ich muss mit jemand andern fahren. Ich kann nur einen Fall für's zu fahren. Okay, wo bist du? Oh Gott. Ach, halt, fall einfach raus. Hinter dir, Flasch. Alter, bist du blind? Sag mal. Hast du immer Augen im Kopf oder so? Warte, ich rauf dir los, Alter. Was ist denn? Danke. Ah, guck mal, wir sitzen hinten drauf. Auf geht's, Jungs. Ich hab jetzt Flasch gesucht. Der Wauf war immer weg. Guck mal, Monty, Alter, der Streber. Ist schnell wieder vorgefahren. Ja. Ihr holt mich so. Oh Gott, ne Wand. Oh Gott, ne Wand. Auf ne Straße, Leute. Auf ne Straße. Sag mal. Sind deine Gräder kaputt? Einreifen von mir. Ja? Willst du bei mir einsteigen? Ach du. Müssen wir jetzt rechts abziehen hier? Ja, aber du bist dann einen Meilen weit hinten, Alter. Ich zieh da mal weg. Der Hemmingbird, Alter. What the fuck? Einfach nur der Strasse. Was ist denn das für ein Bataillon hier, ey? Was ist das hier? Unglaublich, ey. Warte mal weiter. Warte einfach. Jungs. Keine Struktur hier. Ja, mit dem Wild kannst du eh knicken. So wie der GTA fährt, so fährt er auch in den Arme an. Drück mal Schiff. Seine Räder sind kaputt. Oh, da, da, da. Hab ich über den Pilot ist auch echt gut. Ich darf noch nicht so schnell fahren. Wow. What the fuck? Los. Der D-Sync. Weil sein Quad ist getrosselt. Ich hab nur einen 25er. Oh Mann, ey. Wir nähern uns der heißen Zone. Ja, wir müssen wie gesagt nur Punkte sammeln. Alles andere ist völlig egal. Der Heli, Mann. Wie geil, Alter. Der Heli, Mann. Ja. Wir stellen die Quads dann alle in einer Reihe auf. Oh Gott, wow. Schau auf, Monkey wird geschossen. Oh. Oh. Ähm. Ich bin von Quad gefallen. Kriegst du es dauernd? Kriegst du es dauernd? Ich bin mit einer 80 gegen die Wandgitternde drunter gefallen. Wow, wow, wow. Hallo, Bruce. Hallo. Fahr zumindest hinter die Mauer, okay? Das finde ich glaube ich intelligent. Ja, bitte. So, hier in der Ecke vom Haus. Ja, ja. Perfekt. Ich geb den Typ, fahr nicht mit einer 80 gegen die Mauer. Steig bei mir hinten auf, Alter. Danke. Ich laufe nur kurz in die Zone. Oh, ich versteck mich jetzt hier im Gebüsch. Steig auf bei mir. Warte, das liegt nur am Boden, ne? Komm her. Mein Quad noch. Nee. Komm. Steig ein, steig ein. Steig ein, steig ein. Steig ein, steig ein. Steig ein. Und wo ist auf euch geschossen worden ungefähr? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wo eine HE-Kanale. Ich hab an sich Kontakt auf 320 Grad Straße unter 320 Grad. Der mit Quad Wildfire direkt vor dir auf der Straße. Direkt vor dir. Steig ihn ab. Oh, dann ich. Oh Mann, ey. Ich hab's dir doch noch gesagt, ey. Nichts von uns ist auch noch ein Quad. Oh, Mann, ey. Ah. 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 Wir sind alle in der Zone drin. Und wir sind grün. Ist die Zone grün? Nein. Rot. Was noch? Bruce. Nein. Oh nein. Ich hab's. Im Gebäude, ähm. Monty, linkses gelbe Gebäude. Blaue Tür. Da ist er grad rein. Gleich vor dir. Hey, Smoke. Hast du verstanden, Monty? Ja, ja. Du weißt, das, das, das komische gelbe Haus da. Mit der blauen Tür. Ja, genau. Da vor mir. Da, wo das andere Haus dazwischen steht. Da sind sogar zwei. Uh. Jetzt ist noch einer rein. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich lebe gleich wieder da. Ich lebe gleich wieder da. Bitte alle Granaten rein. Bruce, ich rette dich. Warte. Warte. Oh, stopp, geil. Ja, bei Monty. Direkt bei Monty ist geworden. Ich weiß nicht, wenn ich... Was blauer? Ja, also blaue Türen. Blaue Fenster, blaue Türen. Zwei Leute drin. Oh, oh. Au, 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 au. Ja, au. Ja, au. Stille da drauf. Au. Bist du auch da drauf? Ja. Ah. Ah. Kommen die Granaten aus dem Tower 2, sag mal? Woher kommen denn die Granaten hier auf mich? Also, ich habe einer hier gerade ins Haus geschmissen, aber da ist keiner. Der ist noch raus. Nee, nee, dann links davon. Oh, oh, links, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Flasch. Also, Monty, du hättest den im Haus mal echt schon killen können. Ja. 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 Ja, nee, nichts. Äh, mh, mh. Warte, ich freue mich. Nee, das war Schacke, Mann, jetzt. Ja, ja, das war nett. Aber ich bin mir nicht sicher von wo. Hast du den Schatz denn gesehen? Der war nur 4-9-9. Jetzt machen wir keine Punkte. Ich weiß, ich weiß, wo der ist. Aber ich kann da nicht hin. Fuck. Das war so ein schöner Anfang. Das hätten wir so easy nach Hause holen können. Stopp. Ab einen. Nice, das war er, der mich gekillt hat. Aber da fehlt noch einer, oder? Ja, Turm, Turm. Ich denke, Turm 2. Wollen wir mal respawnen, die, die tot sind? Nein, 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 nein. Ich lieg' mitten im Feld, Alter. Alles gut. Bleib da. Was ist denn mit der Granate, da passiert was? Nie für... Hey. Hey, du meinst du, ja? Ja, das war ich. Ich versuch's mein Glück. Ich hab auch mitgesmoked gehabt. Warst du noch einer? Warte, ich war mit dem Smoke. Für Wildfire. Ich seh' deinen, deinen lieblichen Schatten. Dünn wie ne Elfe. Die wecker dich gerade. The fuck is love. Lauf, 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 lauf. Monty, wohin hast du geschossen? Auf, äh, den Turm 5. Ach, meine Beine. Ich rewind. Weißt du, Wildfire? Ja, nice. Okay, ich... Ich primier den da. Ja. Ja, jetzt haben wir wieder Punkte, nice. Wenn du Wildfire hast, dann bitte safe bleiben. Kegs ist auch wieder da. Hat noch jemand ein Medikit? Ja, komm, hier ins Haus. Wenn ich lebe, dann hab ich auch wieder was. Wild, gleich fertig. Los, Flash, gib's mir. Jetzt. Ja, dann hör mal auf, dich zu bewegen. Ich steh' doch schon. Warum macht er denn nicht jetzt? Ich hau dir eine Spritze an deinen Arsch. Da bist du mir immer noch rot. Die Zone ist wieder rot. Wir haben zu wenige Leute. Nur unsere Leute leben gerade. Auf dem Turm 5. Bist wieder fett. Danke dir. Wo auf Turm 5? Ganz oben. Und die Straße runter war, glaube ich, auch noch einer. Bruce. Rutsch mal. Wir sind, du bist zu fett. Ey. Das hat das Spiel gemacht. Go fuck yourself. What the fuck? Erdbäbeln. Alter. Dieser Heli. Ähm. Wenn du die Straße drunter siehst, siehst du so ein halb zerstörtes Gebäude, ne? Da ist einer drinnen. Wir brauchen mehr Leute, man. Wo sind denn die alle? Die hängen alle in der Base rum. Gut, zwei Helis kommen gerade in unsere Richtung. Von uns. Dein Heli ist vor uns abgestürzt. Das war ein Gegner. Weißt du, was mir gerade auffällt? Das ist ein Typ, der heißt Malwo. Der hat extra auf der Karte markiert, wo er ist. Ich glaube, den haben wir mitgenommen und da gelassen. Der hängt da rum. Und keiner geht zu ihm. Der läuft gleich über die Straße. Töten, töten. Ich glaube, das war auf der Höhe von der Teichstellung. Es war doch derjenige wahrscheinlich bei mir drauf. Schön, dass du da bist. Willkommen ins Stream. Habe ich ihn schon. Hört mal auf Monty anheißen. Jetzt müsste mal jemand Monty reviven. Ich bin zu langsam da. Ich bin, glaube ich, der Nächste oder ganz nah dran. Also einer mit Medic meine ich. Ich bin die Arbeit weg, aber. Ich habe auch keine Smokes mehr. Okay, mir wurde beschossen. Wurde beschossen. Unbekannt aus welcher Richtung. Okay, da kommen wieder ein paar Leute rein. Zwei müssen noch rein, dann haben wir es wieder. Ja, guckt gleich ein ganzer Heli rein. Ah, das sieht aus wie Tower 5, was hier an den Schluss rein kommt. Oder Boden. Ah, shit, ich muss hier weg. Nice, wir sind am Ende nehmen. Nice, Monty, du musst hier noch ein bisschen hinlegen, sorry. Jetzt wieder nicht mehr. Ja, ja, kein Schluss. Richtung Brennerhelikopter. Ah, von der Fabrik, vom Fabrikdach, glaube ich. Warte, Fabrikdach. Alter. Ja, das sieht schon schwer danach aus. Nice, wir haben schon wieder einen Pupp gekriegt. Gekriegt. RIP.